Die Lila des Hausvaters Chaitanya Bhagavata Alikandar XII Mat Ausgabe 1.14 Alle in Navadvip zollen ihm, dem Gelehrten, ihre Achtung und senden Geschenke in sein Haus. Fußnote 368 Es ist eine Pflicht der Menschen in der Welt, die zwar eifrig Genuss suchen, aber doch dem vedischen Gebot folgen wollen, dem Brahmanen, dem großen Sanskrit-Gelehrten, zu dienen. Und Krishna, der die Rolle eines Brahmanen spielt, verschwendet alles, was er empfängt, für die Armen und für seine Gäste. Es liegt im Wesen Gottes des Herrn, dass er auch im Austeilen und Verschenken der Allergrößte ist. Und jedem Armen, den er sieht, gibt er in gnadenvoller Barmherzigkeit, Kleider, Essen, Geld. Er bewertet viele Gäste, als ob diese würdig wären, seine Gäste zu sein. Oft sind ein Dutzend Bettelmönche gleichzeitig zum Essen eingeladen. Wenn Saji besorgt, grübelt, woher das alles kommen solle, es sei doch nichts im Haus. Da füllt sich sofort die Vorratskammer. Lakshmi, Narainas Shakti, kocht und er selbst, Naraina, sitzt bei den Gästen, um sorgsam zu sehen, was sie essen. Es ist ja die Hauptpflicht der Hausväter, dass sie den Gästen dienen. Und diese Pflicht lehrt er die Welt. Ein Hausvater, der nicht den Dienst der Gastfreundschaft übt, ist niedriger als ein Tier. Er gibt den Armen, den Leidenden in seinem Haus Reis, um sie zu erretten. Fußnote 369 Sein Essen erlöst. Es ist von ihm geschenkte Gnade. Prasad. Er nimmt physische Armut hinweg und gibt zugleich höchsten geistigen Reichtum. Lakshmi kocht allein. Sie haben keinen Brahmanenkoch und keine Diener. Vom Morgengrauen an vollbringt sie freudig alles Werk des Haushalts, einschließlich der kultischen Pflichten und des Dienstes für die Tulasi und eifrig dient sie, wie es Gebot ist, ihrer Schwiegermutter. Gaurasundara sieht Lakshmis Verhalten voller Freude, doch sagt er nichts. Eines Tages sitzt Lakshmi zu seinen Füßen und massiert die Lotuse dieser Füße. Und Saji sieht ein Leuchten. Wie von Flämmchen an seinen Füßen und ein anderes Mal nimmt sie auch einen wundersamen Lotusduft wahr. Also weilte Narayana in Navadvip, in Verborgenheit, denn niemand vermochte ihn zu erkennen. Mit seinen besten Schülern bricht Chaitanya nach Ostdengalen auf. Beim Abschied sagt er zu Lakshmi. Diene meine Mutter unermüdlich. Die Menschen sind voll Glück, die ihn auf dem Weg sehen dürfen. Er kommt zum Fluss Padmavati, weilt einige Tage an ihrem Ufer und spielt, wie er es am Gangesufer tat. Die Leute jubeln, dass der Pandit Nima kommt, dessen Ruhm ihnen schon bekannt geworden war. In der Zwischenzeit fastete Lakshmi Devi im Leid der Trennung von Gott. Sie weinte die langen Nächte allein, und ihr Leib ist am Zerbrechen. Sie beschließt, zu ihrem Herrn zu gehen. Auf Erden lässt sie ein Ebenbild ihres Leibes zurück, damit der Eindruck erweckt werde, als sei sie ein bloßer Mensch. Und sie geht, von niemandem gesehen, zu ihrem Herrn. Fußnote 370 Die ewigen Gestalten von Narayana und Lakshmi sind immer in dem von Zeit und Raum unbegrenztem Reiche Waikuntha, auch wenn sie auf Erden sichtbar werden. Der Tod von Lakshmi bedeutet, ihre Gestalt, die für eine gewisse Zeit auf Erden sichtbar war, wird wieder verhüllt. In Mahabrabhu stieg der Wunsch auf, nach Navadweb zurückzukehren. Alle geben ihm reichliche Geschenke, Gold, Silber, Kleider, Gefäße und so weiter. Das Beste, was sie haben. Und er schenkte allen den Blickstrahl seiner Gnade und brach auf. Eine Menge Studenten begleiteten ihn, um in Navadweb bei ihm zu studieren. Damals kam ein Brahmane namens Tapanamishra zu ihm. Dieser hatte von seiner früheren Geburt her gute Anlagen und suchte das wirkliche Wesentliche. Doch er war im Unklaren über das Wesen des Ziels, Sadhya aller Disziplin und der Übung der Disziplin, Sadhana. Aber er fand niemanden, dem er seine Frage hätte stellen können. Er sorgte sich und dachte nach, bis er eines Nachts im Traum, es war ein wahrhaft glücklicher Mann, die Gestalt eines Devas vor sich sah. Und dieser gab ihm geheime Unterweisung. Vernimm, o vernimm, du tiefernster Brahmane! Gräme dich nicht mehr, fasse dich, gehe zu Nimae Pandit. Der wird dir erklären, was Weg und Ziel ist. Er ist keineswegs ein Mensch, er ist Narayana selbst. Der Ursprung der Welten in Menschengestalt. Teile diese, den Weden verborgenen, Worte niemand mit. Sonst würdest du von Geburt zu Geburt leiden. Die Gestalt war verschwunden. Er machte sich auf und ging sofort dorthin, wo Prabhu mit seinen Schülern saß, warf sich zu seinen Füßen nieder und stand dann mit gefaltenen Händen und sagte, Ich bin ein bhaktiloser, armer Mensch. Schenke mir deinen Gnadenblick und befreie mich von der Wandelwelt. Samsara Fußnote 371 Samsara Die Welt, wo Durst nach Genuss herrscht. Die Welt des endlosen Kreislaufs der Tode und Geburten. Ich weiß nicht, was Weg und was Ziel ist. Bitte teile es mir gnadenvoll mit. Ich finde in den Sinnendingern keine Freude mehr. Wie soll ich mein Leben retten? Sage es mir, Gnadenreiche! Brabu zu ihm Brahmane, dein Geschick ist wahrlich gut, dass du nämlich begehrst, Krishna zu verehren. Verehrung Bhagavans ist schwer, schwer zugänglich. Um die Religion Dharma des Weltalters zu verkünden, kommt Bhagavan in jedem Zeitalter, setzt die Religion in Bezug auf sich selbst ein und geht wieder in sein eigenes Reich zurück. Für jedes der vier Weltalter ist eine besondere Art des Kult angemessen. Für das Zeitalter der Wahrheit, Satya-Yuga, der ununterbrochene Strom des Denkens, der auf einen Gegenstand gerichtet ist. Im nächsten Zeitalter der Zwietracht, Kali-Yuga, ist die beste Form der Religion der Ruhmpreis des Gottesnamens, Nam Sankirtan. Im Kali-Yuga führt anderes Dharma nicht zum Ziel. Vergleiche Bhagavatam 12.3.52 Bei Tag und bei Nacht, beim Essen und sogar im Schlaf, soll man die Namen Gottes im Sinne haben und murmeln und singen und seine Bedeutung klar überlegen. Selbst die Veden vermögen die Größe des Namens nicht zu beschreiben. Im Kali-Yuga ziemt nicht Askese und Opfer und Ritual. Nur jener Mensch, der Krishna in Bhakti liebend verehrt, der ist wahrhaft glücklich. Der hat Anteil an seiner Gnade. Wenn du nach Hause zurückkehrst, dann gib alle Formen der Religion auf, wo noch nach irgendeinem Vorteil geschielt wird und sei ganz ungeteilt mit deinem ganzen Wesen Krishna zugewendet. Der Sinn von dem, was Weg und Ziel ist, das alles wird dir aus dem Sankirtan des Namens klar werden. Wahrlich, außer dem Namen Gottes, außer dem Namen Gottes, außer dem Namen Gottes, gibt es keinen Weg, keinen Weg, keinen Weg im Kali-Yuga. Naradiya Purana Mahabrabhu gibt ihm den großen Mantra des Gottesnamens. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sprich diese Strophe aus, den großen Mantra, den Weg von 16 Namen, 32 Silben. Wenn du diesem Namen dienst und wenn der Spross des Bremer aufgeht, dann wirst du erkennen, was das Wesen des Wegs und des Zieles ist. Der Brahmane bittet, mit ihm gehen zu dürfen, doch weist Prabhu ihn an, nach Benares zu gehen. Dort wirst du wieder mit mir zusammentreffen und ich will dir dann zur Gänze das Wesen des Wegs und des Ziels erklären. In Bremer sträuben sich die Herrchen seines Körpers, war es doch die Umarmung des Herrn von Vaikuntha, und er erhielt die Freude höchsten göttlichen Glücks. Mahabrabhu kehrt mit Reichtum und Geschenken aus Ostbengalen zurück und trifft am Abend in Navadvip ein. Er grüßt seine Mutter, indem er sich vor ihr auf den Boden wirft. Er tut Dandavad Pranam. Fußnote 373 Dandavad Pranam Astanga Dandavad Pranam bedeutet In ehrfürchtigem Gruß den Boden berühren, mit Erstens beiden Armen, Zweitens den Füßen, Drittens den Knien, Viertens der Brust, Fünftens dem Kopf, Sechstens den Augen, Siebtens dem Geist, Achtens der Sprache. Und er übergibt ihr alle Schätze. Dann geht er mit seinen Schülern schnell zum Bad in der Ganga, Während die Mutter sich voller Leid im Herzen ans Kochen macht. Prabhu grüßt mit Dandavad Pranam die Ganga, Spielt im Wasser, Kehrt nach Hause zurück, Verrichtet den Kult, Sitzt zum Essen nieder, Isst und sitzt dann an der Tür des Hausschreins. Alle Verwandten und Freunde kommen und sitzen um ihn herum. Lachenden Mundes erzählt er von seiner Reise und von der komischen Aussprache der Menschen in Ostbengalen. Um auch nicht einen Schatten von Leid hervorzurufen, spricht niemand vom Lakshmis Fortgang. Alle sind verabschiedet worden und gehen nach Hause. Er sitzt und kaut Betel und lächelt und scherzt. Sachi, im Herzen voller Trauer, bleibt fern und lässt sich nicht sehen. Schließlich geht er zu ihr hin und ihm fallen ihre leidvollen Gesichtszüge auf. Er fragt sie, warum sie so traurig sei. Ich bin von weiter Reise zurückgekehrt und wundere mich über deine Art. Sage die Wahrheit, warum trauerst du? Sie weint, vermag keine Antwort zu geben. Er fragt, Sag, Mutter, ist deine Schwiegertochter ein Leid geschehen? Da sagen die Anwesenden, Höre zu, O Pandit, Deine Brahmanin ist am Verbrennungsplatz bei der Ganga angekommen. Als er von dem Fortgang seiner Gattin hörte, hielt der goldene Sri Hari sein Haupt eine Weile gesenkt. Er hatte Leid wegen der Trennung von der ihm Lieben. Da schwieg er die Essenz aller Weden. Nach der Weise der Welt litt er und sprach sein Leid aus, doch in gefasstem Sinne. Prabhu zur Mutter. Warum Leid und Kram? Was zu geschehen hat, muss geschehen. Das ist der Weg der zeitbedingten Welt. Niemand ist irgendjemandem eigen. Deshalb sagen die Weden. Die Wandelwelt ist nicht ewig. Dem Ishwara unterworfen ist die ganze Wandelwelt. Vereinigung und Trennung, sie geschehen nach seinem Willen. Alles geschieht nach seinem Willen. Gräme dich nicht. Es ist ein gutes Geschick, wenn die edle Frau noch vor dem Gatten bei der Ganga ankommt. Also tröstet er sie und macht sich an seine Pflichten. Alle, die seine Worte hörten, wurden frei von allem Leid. Mahaprabhu ist weiter in der Erfahrung von weltlichem Wissen versunken. Sein Wesen ist verborgen. Er offenbart es niemandem. Jeden Tag verbringt er in der Schülerversammlung im Hause des Mukunda Sanjaya. Er schickt die Studenten nach Hause, die ohne Stirnzeichen Tilak auf der Stirn zum Studium kommen. Denn ohne senkrechtes Stirnzeichen ist die Stirn eines Brahmanen einem Verbrennungsorte gleich. Fußnote 375 Dieses Stirnzeichen drückt die Zugehörigkeit zu dem von Raum und Zeit unbegrenzten Gott, Vishnu, aus. Bei allem Aufgelegtsein zum Scherzen und Aufweisen der viele andere, nie scherzte er mit Frauen. Wenn er eine Frau sah, ging er beiseite. Besonders geneigt war er, die aus Ostpengalen Stammenden wegen ihrer andersartigen Aussprache zu foppen und zu ärgern. Doch nie verschwendet er auch nur einen Blick auf Frauen. Deswegen möge niemand es wagen, ein Preislied auf den Gauranga Nagara zu singen. Alle Arten von Preisliedern darf man singen, doch nie auf den Gauranga Nagara. Fußnote 376 Nagara bedeutet ein Liebhaber, Ein Don Juan Schon kurz nachdem Chaitanya Mahabrabhu die Welt verlassen hatte, setzte eine schon vorher aufgetretene Strömung Prakriti Sahajya wieder ein, welche die Sinneslust mit Berufung auf Krishnas Gopilila zu rechtfertigen suchte. In dieser Strömung entstanden Verse und Lieder, die zum Beispiel von Rabindranath Tagore bewundert wurden, worin Chaitanya als Nagara, als Liebesheld der Frauen und Mädchen von Navadvib dargestellt wird. Spuren davon finden sich in Thakur Lokanadasas biografischem Werke Chaitanya Mangala, das deshalb von der Traditionsfolge abgelehnt wird. Fast täglich begegnete Sachi am Gangesufer der Vishnubriya, der jungen Tochter des edlen Brahmanen, Sri Sanatana, der ein Vishnubriya ist. Und sie wünscht im Herzen, dass diese ihre neue Schwiegertochter werden möge. Sie teilt ihren Wunsch dem Kajinat Mishra mit. Und dieser erhält die frohe Einwilligung von Sri Sanatana. Buddhimanta Khan, ein älterer Freund Prabhus, nimmt die Kosten des Hochzeitsfestes auf sich. Es wird wie die Hochzeit einer Königstochter gefeiert. Der Vater hat das gleiche gute Geschick, dies alles zu erleben, wie einst Janaka, der dem Avatar Rama seine Pflegetochter Sita zur Ehe gab.